Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und sozusagen zum zweiten Teil der Einfahrt. Ich erzähle euch gleich, wie das alles so weiterging und es ist auch ein Kooperationspartner heute mit an Bord, Bio Stefan, aber dazu gleich mehr. Nachdem der Pflaster Sand erstmal grob mit dem Bagger verteilt wurde, musste natürlich noch das Feintuning gemacht werden, also das Ganze wurde abgezogen auf die richtige Höhe, dafür legt man so Stangen rein, schaut da auch nochmal, dass man wirklich überall, wie gesagt, die perfekte Höhe hat, das perfekte Gefälle, dass alles genauso ist wie geplant und dann wird einfach das überschüssige Material weggezogen oder wenn irgendwo noch eine Kuhle ist oder so, nochmal ein bisschen was drauf gestreut, nochmal drüber gezogen und somit hat man dann am Ende wirklich eine komplett plane Fläche. Die Pflastersteine sind in der Zwischenzeit auch angeliefert worden, ja da gibt es glaube ich nicht so viel zu zu sagen, sind letztendlich jetzt doch ganz normale Pflastersteine geworden. Wir hatten erst, ja, in zwei, drei andere Richtungen noch überlegt, aber bin ich auch ganz ehrlich, wir wollten da jetzt nicht nochmal irgendwie 10.000 Euro für Steine ausgeben und da die Einfahrt mit allem drum und dran, das sind so knapp 80 Quadratmeter, ist also auch schon so ein bisschen was und ja, deswegen haben wir uns dafür ein ganz normales Rechteckpflaster entschieden, allerdings zumindest so ein bisschen größer, also die Steine haben 40 mal 20 und in der Dicke oder in der Stärke 8 Zentimeter, ist eigentlich ganz normal, glaube ich, für Pflastersteine und ja, das Ganze natürlich in Anthrazit, passend zum Haus. Beim Pflastern waren wir überraschend schnell, also generell ist das ja eine relativ schnelle Arbeit im Vergleich zu den ganzen Vorbereitungen und Vorarbeiten und so weiter, aber trotzdem waren wir nochmal bedeutend schneller als unser Bekannter, der das ja nun mal schon häufiger gemacht hat, geschätzt hatte und ja, dementsprechend haben wir da an einem Tag die gesamte Fläche zugelegt und haben sogar auch schon angefangen, die ersten Steine dann eben am Rand noch zu schneiden, außenrum ist ja so ein Läufer und genau, das war also auf jeden Fall ein anstrengender Tag, man hat auch am nächsten Tag wirklich gut die Arme gemerkt oder beziehungsweise eher nicht mehr so gut gemerkt, also war schon relativ heftig so, vor allem, wenn man das auch nicht gewohnt ist, aber trotzdem war man natürlich froh, dass es jetzt einfach schon mal so nach Einfahrt aussah. Sehr ärgerlich war leider, dass viele Pflastersteine kaputt waren, im Nachhinein haben wir dann mitbekommen, dass es einen Produktionsfehler wohl gab und ja, deswegen war das so übermäßig viel, also von den über 80 Quadratmetern, die wir da hatten, waren fast 9 Quadratmeter defekt, da ist also irgendwo, ja, an den Rändern irgendwo was abgesplittert oder abgebrochen, wie auch immer oder es war wirklich in der Fläche, also auf der Oberseite, irgendwelche Einschlüsse drin, irgendwelche krassen Macken drin und das war super nervig, weil wir haben auch nicht immer alles sofort gesehen, die Steine waren ja logischerweise nicht perfekt sauber und überall waren diese Gumminoppen zwischen, die als Schutz dienen und somit haben wir zwar immer ein bisschen darauf geachtet, aber trotzdem haben es dann eben doch einige Steine, die so ein Defekt hatten, auf die Einfahrt geschafft, sodass wir die am Ende alle wieder rausnehmen mussten und entsprechend neue Steine, ja, ohne Beschädigung dann wieder reinpacken mussten, aber wir haben natürlich eben diese, ja, defekte Fläche da quasi erstattet bekommen. Und dann ging es auch schon langsam an den Endspurt, die nächsten so, weiß ich nicht, zwei, drei Tage haben wir auf dem Abend immer mal wieder noch so ein paar Stunden die restlichen Steine geschnitten, auch für die Stufe vor der Haustür und, ja, auch vor der Garage und zur Rinne und so weiter. Macht auch immer ordentlich Sauerei mit so einer Motorflex und Wasser und so weiter dran. Es ergibt ja eine Menge Schlamm, den man direkt wieder abwaschen muss, damit man nicht krasse Flecken hat, die man gefühlt nie wieder wegbekommt. Aber, ja, hat alles gut geklappt und dann wurde das Ganze eingeschlemmt mit Sand, damit die Steine auch wirklich gut liegen und sich nicht mehr verschieben. Und schlussendlich wurde natürlich alles gerüttelt. Und somit, ja, haben wir jetzt tatsächlich eine fertige Einfahrt, eine Stufe vor der Haustür, die Ablaufrinne vorne, Abgrenzung zum Nachbarn, alles wirklich wunderbar. Auch hier vorne kann ich euch nochmal kurz hier zeigen, der Kanaldeckel, den wir da haben, ja, ist nicht der schickste Deckel. Vielleicht wird man ihn irgendwann nochmal austauschen, ist jetzt aber erstmal auch nicht nötig. Also so schlimm sieht er auch nicht aus. Und ich finde, dass hier auf jeden Fall auch die Steine ziemlich gut drumherum gelegt wurden. Ja, jetzt haben wir hier alles schick. Wir sind auch, wie gesagt, sehr zufrieden, abgesehen mal hier von diesen ganzen Kirschblüten und, ja, dem bisschen Sand, der da immer mal wieder beim Regen rausgespült wird. Aber eine Sache, die sticht leider richtig raus und das sind die Mülltonnen. Wir müssen die aktuell hier vorne so auf der Einfahrt stehen haben, weil wir keinen anderen Platz dafür haben. Hinterm Haus gibt es später eventuell gute Möglichkeiten, aber aktuell, da passen die ganzen Erdhöhen noch nicht. Da ist alles kreuz und quer und deswegen müssen die erstmal auf der Einfahrt stehen und vielleicht auch dauerhaft, das werden wir sehen. Aber, ja, die Tonnen an sich sind natürlich nicht so schön. Und deswegen kommen wir zum Kooperationspartner des heutigen Videos, nämlich BioStefan. Für uns war von Anfang an klar, dass wir die Tonnen in einer schicken Box verstauen wollen und natürlich optimalerweise in einer Box, die gut zu unserem Haus passt. Da war heute Morgen bereits die Spedition da. Da drin befindet sich der Dagobert. So heißt das Modell hier von BioStefan. Ihr seht schon, es sind vier Pakete. Wir haben da Platz für vier 240 Liter Tonnen. Das sind also hier die großen, wobei, ihr habt ja schon gesehen hier, da stehen gerade drei von den großen. Wir haben noch eine kleine Biotonne dazu, aber das passt auch. Das ist alles gar kein Problem. Und ich würde sagen, wir werden das ganze Ding jetzt hier einfach mal aufbauen und ich bin schon sehr gespannt, wie das alles so aussieht und funktioniert. Ihr seht ja, dass das obere Paket ein bisschen dicker ist als die anderen drei. Das ist sozusagen eine komplette Box. Das heißt, ihr habt hier zwei Seitenteile, die Rückwand, die Tür und den Deckel. Und bei den anderen drei Paketen, da fehlt im Prinzip die zweite Seitenwand, weil das eine Art Erweiterungspaket ist. Das seht ihr hier gleich. Da ist dann so ein Rahmen drin. Den stelle ich da jetzt dran, genau. Und dann eine weitere Rückwand und natürlich auch wieder Tür und Deckel, ist ja klar. Und somit kann ich jetzt hier also das Ganze so zusammenbauen und erweitern, dass ich da am Ende meine vier Mülltonnen vernünftig reinkriege. Der Aufbau an sich war ziemlich einfach, hat aber doch mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich gedacht hatte, weil man doch sehr viel schrauben muss und immer mal wieder in der Anleitung nachgucken muss. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt, muss ich sagen. Die Anleitung lag halt nicht in Papierform bei. Und auch wenn ich da generell gar kein Problem mit habe, digital ist absolut fein, war es jetzt draußen doch ein bisschen unpraktisch. Es war halt hell, die Sonne schien. Und dann ist man da mit seinem Handy am Gange und muss immer wieder das Ding aus der Tasche holen und zoomen und gucken und machen. Ich glaube, in Papierform wäre es tatsächlich dafür praktischer. Aber ansonsten alles super cool, hat perfekt funktioniert. Und wie das final aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. Das macht optisch auf jeden Fall einen Riesenunterschied. Die ollen Mülltonnen sind nicht mehr sichtbar. Und stattdessen haben wir hier also jetzt die schicke Box, die auch wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen, zur Einfahrt und zum Haus allgemein passt. Sie ist natürlich nicht ganz klein. Also gerade hier mit den vier Abteilungen, da geht ein bisschen Platz für drauf. Das muss man auf jeden Fall bedenken. Aber die Maße sind ja auch alles angegeben. Wir haben uns zum Beispiel erst einmal die Tonnen so hingestellt, wie die Box dann eben final auch steht. Und haben geguckt, beim Rein- und Rausfahren ist das irgendwie störend, ist uns das zu fett oder so. Aber das ist gar kein Problem. Alles mega entspannt. Und dementsprechend ist es hier jetzt aufgeräumter und schicker. Es ist natürlich zusätzlich auch noch praktischer. Also erstmal hier kann man das Ganze verriegeln. Also das war jetzt hier aufschließen und das ist zu schließen. Jetzt geht halt das Ding nicht auf. Und so kann man das jetzt einfach anheben. Zack, da greift direkt die Gasdruckfeder. In dem Fall ist das jetzt eine 120 Liter Tonne. Wir können hier einmal die Tür aufmachen. So, und dann seht ihr hier, ja, ein bisschen dreckig. Aber das ist also eine 120er. Und ansonsten, machen wir mal kurz hier alles wieder vernünftig zu. So, zack. Und ansonsten sind die anderen Tonnen, habt ihr ja schon gesehen, 240er, die großen. Man muss den Deckel nur so ein Stück anheben, so ungefähr bis hier. So, und dann greift die Gasdruckfeder, hält das Ganze offen. Man kann ganz entspannt seinen Müll reinpacken. Alles wirklich sehr, sehr cool. Die Kette haben wir jetzt erstmal hier mit Kabelbindern provisorisch so ein bisschen zusammen gemacht. Da will ich einfach gucken, welche Länge wir genau brauchen. Muss ich noch, ja, einmal abchecken. Ich wollte es jetzt auf die Schnelle nicht irgendwie zu kurz machen oder so. Und deswegen haben wir das also erstmal so festgezurrt. Man kann es aber natürlich auch dann einfach abknipsen. Und das Ding entsprechend, ja, richtig kürzen. Dann die Türen, auch hier einmal aufschließen. Die halten magnetisch, ne, über zwei Magnete. Und sind hier auch nochmal mit so einer Kette fixiert, dass ihr also nicht weiter aufschlagen können als so, damit ihr euch nicht die Box nebenan beschädigt. Und ansonsten könnt ihr das alles genauso aufbauen, wie es eben für eure Bedürfnisse bzw. eure Gegebenheiten sinnvoll ist. Die Tür kann wahlweise rechts oder links angeschlagen werden. Entsprechend kann der Griff auch an den unterschiedlichen Stellen montiert werden. Das ist alles vorgebohrt. Und ihr könnt zum Beispiel auch, obwohl die Tonne jetzt also von hier rein und raus gefahren wird, den Deckel umdrehen, um dann von der anderen Seite den Müll einzuwerfen. Je nachdem, wie die Einfahrt irgendwie aussieht oder so oder wo auch immer ihr das Teil aufstellen wollt, kann das sicherlich praktisch sein. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Das ganze Ding ist aus Stahl. Alles bis ins letzte Detail verzinkt, damit da auch auf die Jahre gesehen nichts dran passiert. In dem Fall Anthrazitpulver beschichtet, gibt aber auch weitere Farben. Schwarz und so ein Weißton bzw. so ein Silberweiß oder Grauweiß heißt es, glaube ich. Könnt ihr euch gerne auf der Webseite mal anschauen. Ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung. Wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich glaube auch, dass Stahl so das Beste ist, was man in dem Bereich im Endeffekt nehmen kann. Der Klassiker sind ja ansonsten diese Holzboxen. Aber mal davon abgesehen, dass die auch nicht ganz billig sind, vor allem wenn man irgendwas für vier Tonnen oder so braucht, die muss man natürlich auch ein bisschen mehr pflegen. Alle paar Jahre, ich weiß nicht wie oft genau, zum Beispiel neu streichen bzw. behandeln, damit eben keine Probleme mit Feuchtigkeit und so auftreten. Und trotzdem hat man da definitiv Witterungseinflüsse, dass das Holz halt arbeitet. Die Türen gehen nach ein paar Jahren eben nicht mehr so smooth auf, wie das am Anfang war, sehe ich bei meinen Eltern. Die haben nämlich so ein Ding. Und ja, ich glaube, bei Stahl kann einem da sehr wenig passieren. So, jetzt habe ich genug geredet. Checkt das Ganze gerne mal ab und wir machen weiter mit dem nächsten Thema. In der Garage hat sich extrem viel getan. Da passte vorher im Grunde nur ein Auto rein, mal unabhängig von der Zufahrt. Also wir hätten eh nicht beide reingekriegt, aber es standen rechts und links so viele Sachen rum und so viel Müll und, ja, keine Ahnung, noch irgendwelche Überbleibsel aus der Bauphase, also was auch immer, dass auch wirklich nur ein Auto reinpasste. Da haben wir also entsprechend erstmal ordentlich aufgeräumt, ausgemistet. Da hinten haben wir zwei Schwerlastregale gekauft und, ja, entsprechend aufgebaut. Da passte schon mal einiges von diesem Kleinkram rein. Da sollen auch auf Dauer noch, ja, mehr Regale kommen, vor allem in diesem hinteren Bereich. Gucken wir gleich auch nochmal kurz. Ich habe hier die Gartengeräte und zum Beispiel so die Leiter und sowas alles aufgehängt. Dann nimmt das auch, ja, deutlich weniger Platz weg. Alles wunderbar. Und dementsprechend konnten wir dann zum ersten Mal zwei Autos reinstellen. Also meiner steht da jetzt halt, wir können mal einmal auf die andere Seite gucken. Da ist, würde ich sagen, noch relativ viel Platz. Das heißt, da könnte man eigentlich auch noch, ja, auch relativ entspannt ein- und aussteigen. Und trotzdem passt hier problemlos, wie gesagt, das zweite Auto neben. Wir hatten früher mal so ein bisschen Sorge, dass die Breite der Garage etwas zu knapp ist. Aber das passt auch sehr gut. Keine Ahnung, ihr seht es hier so ungefähr. Da ist dann so der, ja, der linke Reifen. Also da ist auch noch wirklich extrem viel Platz zwischen den Autos, dass man da nicht so viel aufpassen muss, wenn man da mal durchgeht oder was durchträgt oder so. Alles wunderbar. Ja, hier hinten, da wird noch einiges passieren. Da will ich auf lange Sicht auf jeden Fall noch, ja, hier hinten so Regale an die Wand haben. Hier soll eine Werkbank hin. Und auch an den Wänden wird irgendwas noch hinkommen, dass man da eben alles schön verstauen und organisieren kann. Und ein bisschen Beleuchtung drüber, solche Geschichten. Hier haben wir jetzt also erstmal noch so ein paar Dinge hingestellt, wo wir gerade noch nicht wissen, wohin. Ja, auch so ein kleines, bisher noch gescheitertes Projekt. Das sollte eigentlich ein quasi DIY-Sideboard werden. Aber ja, steht jetzt hier schon eine Weile rum. Da müssen wir dringend mal gucken. Genau, ansonsten haben wir das jetzt hier alles erstmal so an die Wand gestellt. Da haben wir noch ein bisschen Dämmung über. Das brauchen wir eventuell, oder die brauchen wir eventuell noch, wenn wir die Terrasse machen. Die kommt vielleicht dann noch unterhalb von den Terrassentüren hin. Ja, ansonsten, wie gesagt, denke ich mal, kann sich das erstmal sehen lassen. Später auch für Gartengeräte und so, da wird man noch einiges an Platz schaffen müssen. Gerade auch, wie gesagt, durch Regale. Aber ich glaube, so für den Moment ist das absolut fein. Da vorne noch die Schlauchbox. Finde ich auch immer noch mega geil. Bin ich sehr zufrieden mit. Kann ich nur empfehlen. Und ja, das ist also unsere Garage. Wir haben hier vorne schon mal ein bisschen angefüllt, als wir den Bagger jetzt eh da hatten. Allerdings sind wir nicht ganz fertig geworden. Das Wetter war super bescheiden an dem Tag. Und irgendwann war das eine, ja, riesen Matsche. Und dann haben wir es also gut sein lassen. Hier vorne sind wir schon fast auf Gehweghöhe. Da hinten fehlt noch ein bisschen was. Das müssen wir also weiter nochmal irgendwie reinfahren. Aber wir haben jetzt ein provisorisches Geländer. Kann sich, denke ich, für ein Provisorium auf jeden Fall sehen lassen. Und das bedeutet, die Absturzsicherung ist gegeben. Und somit kann der olle Bauzaun hier auch bald weg. Da freue ich mich. Das ist auf jeden Fall bisher immer noch relativ unschön alles gewesen. Und sobald jetzt hier noch ein bisschen Erde drin ist. Und ja, eigentlich nur noch das. Nur noch die Erde da rein. Und dann kann der Bauzaun weggenommen werden. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ja, ich denke, es wurde einiges geschafft. Ich bin sehr auf euer Feedback gespannt. Lasst also unbedingt mal einen Kommentar und gerne auch einen Daumen da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020